So, ich habe das Stück gerettet. Der Verkäufer wusste ja leider nicht, ob es funktioniert oder nicht. Es macht ein super, super schönes harmonisches Bild. Man merkt gar nicht, dass dort eine LED drin ist. Ja, mein Plan ging auf, was ich vorhatte. Es hat wunderbar geklappt. Jetzt wisst ihr ja, wie ihr das machen könnt. Jetzt haben wir quasi eine alte Lampe, wieder neues Leben eingehaucht. Mit neuen Schrauben, neuen Stecker und nochmal alles richtig in Position gebracht und nochmal alles ein bisschen wieder aufgefrischt. Und ja, Grüße aus Landkreis Hildesheim nach Landkreis Hannover, Ecke Peine zum Verkäufer. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank auch an dich Mama, wenn du das Video siehst. Und ich freue mich sehr über mein Weihnachtsgeschenk. Ja, ich habe mir die Kosten mit meiner Mama geteilt. Jeder hat eine Lampe bezahlt. Und ich habe natürlich noch ein bisschen was draufgepackt, weil ich musste das ganze Jahr jetzt erstmal hier wieder gängig machen. So, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Liken, abonnieren nicht vergessen. Und, ähm... Und, ähm...